Hallo und herzlich willkommen zu Like A Boss. Kennt ihr das? Es sind Ferien, eure Eltern sind weg und ihr habt das ganze Haus für euch allein? Mir geht es so. Also was tun wir so, um das so richtig schön auszunutzen? Hm, ich weiß nicht, aber vielleicht sollten wir erst mal gucken, was wir nicht machen dürfen. Was könnte man machen? Jenkins, während wir weg sind, lädst du niemanden rein und es wird nicht gezockt. Ist das klar? Ja, das kann ich echt nicht bringen. Hey, hi, willst du zu mir kommen? Meine Eltern haben zwar gesagt, ich soll keine Freunde anladen, aber trotzdem, komm. Hey, geil, oh ja, geil, ich freue mich, ich fahre direkt los. Sean, bist du das? Sorry, verwählt. So ein Spaß, ihr. Hey, ja, ich hab Sturm frei, komm vorbei. Hey Jenkins, würde ich gerne, das ist schon ein bisschen weit, oder? Ich meine, wir wohnen in Köln und nicht in Hamburg. Na, stimmt, das ist echt weit. Hättest du doch bloß ein Flugzeug oder so. Ja, da hast du recht. Ach nee, warte mal, ich dummere dich, ich hab doch eins. Ich fliege direkt los. Hä, was? Hallo? Was war das? Was ist denn hier los? Landen muss ich aber noch üben. Äh, okay, aber jetzt, wo du hier bist, kann es ja endlich losgehen. Ja, let's bring it on. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Was können wir alles zusammen machen? Also in den Ferien zocke ich immer. Wir können ja eine Lime-Party machen. Ja, genau, oder ich kann mich an die Winterferien erinnern. Da bin ich immer rausgegangen und hab den gelben Schnee gegessen. Der war so lecker. Und das war schon, dass das Urin ist. Oh mein Gott, mein ganzes Leben war eine Lübe. Also, wollen wir zocken? Ja! Okay, aber lass uns bitte nicht zu laut spielen. Sonst hören das vielleicht meine Nachbarn und verpenzen mich bei meinen Eltern. Ja, kein Ding, bleib ruhig. Wir bleiben ganz leise, versprochen. Hello, Gamer. Ja, wuhu. Das macht so viel Spaß. Ja, total. Das sind die besten Ferien ever. Noch eine Runde? Ja, klar. Jungs, holt sofort eure Eltern hier zur Tür. Es ist so extrem laut hier. Die sind im Urlaub, aber bitte sagen sie ihnen nichts davon. Wir haben doch nur gezockt. Ihr habt nur gezockt? Ach, na klar, dann ist das ja okay. Dann kann ich auch den ganzen Tag spielen und rumschreien wie so ein Geist des Krankheit. Ist ja dann auch in Ordnung, ne? Sie können es ja mal probieren. Also das ist wirklich eine Frechheit. Eine Frechheit, 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 Frechheit. Als ob ich mich mit euch hinsetze und das soll. Flotter Dreier. Oh, das war ja mega. Ja, auf jeden Fall. Oh, zum Glück ist das nochmal gut gegangen. Und es war geil. Oh ja. Oh, jetzt kann echt nichts mehr schief gehen. Hey Gengis. Papa hier. Wir kommen jetzt früher nach Hause, beziehungsweise sind jetzt schon da. Oh, Scheiße. Oh, mein Junge. Dein alter Heer ist... Was ist das? Äh, das ist eine Blume. Gengis. Wer ist das? Äh, wer das ist? Ich hab der Blume noch keinen Namen gegeben. Gengis. Äh, ja, na gut. Äh, das ist mein Freund. Ich hab ihn zum Zocken eingeladen. Ach, du wolltest also nur zocken, ja? Ich hab's dir verboten. Das hat Konsequenzen. Ich hoffe, du weißt, was ich mit dir mache. Like a Boss. So, Freunde. Das war's mit Like a Boss. Jetzt würde Victor mal interessieren. Wie nutzt ihr eure sturmfreie Bude und vor allem in den Ferien? Schreibt's wie immer unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach hoch. Nach hoch? Und wie immer gilt. Wollt ihr beim Zocken nicht verlieren? Dann drück auf Abonnieren. Dankeschön an Victor fürs Mitmachen. Vergesst auf keinen Fall, ihn zu abonnieren. Und am Samstag bei ihm vorbeizuschauen. Denn da haben wir ein Ali-Tales zusammengedreht. Das ist ziemlich lustig geworden. Checkt das auf jeden Fall ab. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschau. Hey, Gengis. Das würde ich gerne. Aber das ist schon ein bisschen weit, oder? Scheiße. Ja. Ja. Ja.